Ist eine SEPA-Lastschrift gefährlich? Nein. Zahlst du zum Beispiel deinen Handyvertrag über eine Lastschrift, zieht der Mobilfunkanbieter das Geld direkt von deinem Konto ein. Und du brauchst überhaupt nichts machen. Aber kann jetzt einfach so von deinem Konto Geld eingezogen werden? Keine Panik. Wenn die Abbuchung ohne deine Erlaubnis passiert, kannst du das Ganze natürlich rückgängig machen. Noch Fragen?